hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge auf meinem kanal ich und der premium paulo sind am start sag mal hallo du mutti hallo ihr ihr lieben leute herzlich willkommen zu dead bei daylight eine neue folge und heute mit dem ich da kriegen feiert den kennt da bestimmt oder alles klar so wir müssen jetzt kurz ein bisschen warten bis der ladebildschirm hier weg geht und dann geht's los das gemetzel wir sind zwei einer überlebens crew und wir müssen natürlich so wie immer von den killer fliehen ja mal sehen wie lange das durchhalten wie lange wir das schaffen ne also also ich bin schon mal positiv überrascht wir haben schon mal den anfang überlebt wo bist du andere fragen wenn den sporn generator gefunden ist ganz schön mit sie gerade bist du eine frau ich bin ein mann der mit der brille mit den kurzen schwarzen haaren bist du hast glaube ich den gleichen wie ich ja 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 doch bestimmt bist du im gebäude also ich mache gerade den generator draußen in welchen welchen keine ahnung wo schlecht zu beschreiben nicht weit rechts bei einem spornpunkt aus ist da eine lampe neben dir ja da ist immer die ich habe verkackt beim ersten generator der ist explodiert nein das ist nicht schön ich habe einen kurzen herzschlag gehört gewäck ja gerade also ich sitze jetzt an der wand im hinterm steinhaufen einer wird schon gekillt ob das ist ja nicht so schön ist gut so ist nicht so nämlich das überhaupt nicht gut wo nächster generator modi wie viel brauchen wir vier oder vier noch 15 nein wo findet man die teil also ganz verstehe ich das spielt noch nicht aber oder muss man einfach muss du musst einfach nur die generatoren reparieren aber das dauert und ja und du musst zwischendurch lehrt hast du drücken und das hört natürliche killer oder der hört nur wenn er angeht oder wenn er explodiert wenn du nicht die richtigen ach so ja ich bin bei in einen ja uni sexy lady schöne auspuffen hieß die eine blondie ne oh fack willst du mich jetzt verpisse ich mich ok hier ist der killer ich höre ich höre es den herzschlag der hat mein generator gehört mutti lass mich in ruhe oder der buschmann buschmann kommt nein 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 da gehe ich nicht hinter mir lasst ihn verrecken ok da ist das monster ich bin im maisfeld unterwegs was ihn verrecken ok ich bin ganz schlecht untergebracht ok die frau wurde jetzt erwischt leider weiß wird da bin ich auch irgendwo ja da bin ich gerade vorbei ich muss gerade flüchten weil ich kurz vorm verrecken war ich wurde fast erwischt das war jetzt nicht so schön aber ich habe mich jetzt verkämt die schöne die schöne blondine wurde jetzt aufgehangen ja die muss auch mal getrocknet werden na klar ah mist versaut es mal wieder mit der lehrtaste und nein ist der killer bei dir jetzt in mir näher an sein dass er kämpft bei dem typ oder jawohl was passt hier noch ja super also ich war gerade dabei aber dann hat man schon den herzschlag gehört dann war das leider nicht mehr möglich da was daran zu fummeln und die motor zu reparieren oder irgendwas zu befestigen oder was auch immer man da macht senkt den mal ab der soll nicht zu mir kommen ich habe den generator gleich fertig wie soll ich ihn ablenken ich möchte eigentlich zu meiner schicken blondine ja nein explodier noch einmal du bist für mich okay sie wurde aufgehangen ist gestorben sie ist von uns gegangen jetzt sind wir bloß noch drei wir müssen versuchen die zu retten die ist schon tot oder solange der haken da ist lebt sie noch rot ist erst wenn ein kreuz durch ist jetzt ist jetzt ok ist doch kein kreuz ist ein toten kopf sagt man hört der killer ein auch wenn man jetzt an der gleichen stelle kämpft sich nicht bewegt ja der hört sich atmen ist hatte ich erst gehabt habe ich mich im schrank versteckt und dann hat er den schrank einfach so geöffnet einfach so rennen ok es vorbei schweigen habt bei mir ach dann bist du ganz in der nähe im schrank würde ich mich nicht verstecken das ist nicht so schön muss er sich beschreiben also er geht mir zurück ich sehe nicht keine ahnung doch ich sehe ich weiß wo du bist ich weiß ich habe gerade gesehen dann bist du da rechts ich kann die ganze zeit ich trau mich gleich mal raus weil es macht keinen sinn und spiel wieder eine bärenfall oder was passiert wenn man da rein läuft er ist neben mir und legt eine falle wie er sieht dich nicht hat er mich echt nicht gesehen und ich bin noch ein paar mal vorbei doch eine falle beim generator also wir brauchen noch zwei motoren oder motoren jetzt ist er selbst reingetreten und er kann doch selber wissen sehr darauf was hat er genommen für lustige plänen auch mal sieht doch der sieht mich da rennt weg und die aber nicht in meine richtung ist der wie besoffen oder so der genau auf mich zu weiter ja rein weg hier von dem schuppen der ist wieder nee das wäre bei dir der ist in meine richtung gelaufen ich bin ihnen entgegen gelaufen er ist einfach abkommen wieder er hatte angst von mir aha ich habe eine pumpe in der hand deshalb den generator habe ich allein nein ja ich komme was machen denn ich habe auch viel wickel 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 wo bist du wo bist du nein nicht an den nacken wickel 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 nicht an den nacken nein wo bist du ja jetzt ist es aber ich sehe dich ich sehe dich selbst lucht geht nicht könnte ich da endlich irgendwie abkriegen ist er noch da ist er noch da ja ja er steht hier neben mir die ganze zeit ist das eine missgeburt ich bin fast hinter dir ohne witz diese scheiß camper immer ne ich bin fast hinter dir ich sehe dich jetzt sehe ich hängen ja ich sterbe der guckt mir die ganze ziel ja ja ich jetzt sehe ich noch jetzt ich noch versucht die generatoren zu machen scheiß drauf ist nur einer generatoren machen rette dein leben einer das bin ich ein anderer hör auf mich zu schlagen bei mir war das ist schon mit leben so aber immerhin habe ich ihn gerne hatte noch bekommen ok jetzt kann ich hier mal ein bisschen so dank zwischen ganzen gänge ich probiere mein bestes ich probiere ich das alles was ich kann so die ganzen generatoren die suche ich jetzt auch hier premium aus nicht ist andere charakter weg 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 guckst mich dazu oder oder wie man verdammt noch mal nicht 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 weiter alter dann müsste kg hat bloß richtig lehrtaste drücken dann muss man die drücken sobald das zeichen ist und es muss in dem kreis darin nehmen in dem komischen wo die striche sind am einen ende ist ein strich und am anderen ende ok ja weg weg ok obwohl jeder hat den gefangen oder und nein hat er nicht der hat den nur gehauen ist ich kann jetzt einfach auf das auf der ding oder kann sich heilen der hat ein medikit bohr ernsthaft repariere einfach repariere also die ganze zeit beim oder wird ok ich lehrt was das bäben sondern erst im richtigen moment ne der kommt zu mir oder ich sehe nur eine maus ja ich habe gerade gesehen haben gesehen alles zu viel so gut aber ich trau mich gar nicht da hin ich schaffe das nicht ganz alleine ganz bestimmt nicht ja schon es legt es legt wenn ich dir zu gucke los ist echt nichts tun wenn ich jetzt hingehe dann bin ich sofort dann bin ich sofort ein kopf kürzer erst bei der anderen was ok 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 nein das kompliziert junge das verdammt noch mal schwer wie soll man da genau bei dem anderen macht weiter macht weiter das ist der letzte ja jetzt ist aber bei dir irgendwo hörst du es nicht den herr doch doch war ich sehe nicht es lebt und die was da los jetzt kommen 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 hau rein hau rein murat komm sehr schön und jetzt rennt zu so einem tor welches tor ach du meine güte würde sagen das kürzeste hier vorne oder alter anderes tor anderes tor anderes tor ein anderes tor der clown kommt er haut mich ein böser jetzt muss ich in der hospital wird mir hinterher gekommen ist das ist doch er macht jetzt die tür auf wirklich ich regel um mein leben das ist nichts neues nein das ist ganz schlecht jetzt kannst du mich mal los lassen ich will ich in deinen geheimen keller wurde in den ganzen es ist dein ernst ich bin gleich weg du luder los mich ich bin ja noch so jung unter mensch dankeschön vielmals danke du killer ja das war jetzt nicht so interessant wir sind leider krepiert wir hätten sagen ich auch schaffen können aber er war halt an der richtigen stelle da wo ich gerade war und ich wollte flüchten ich war kurz davor aber wir haben es nicht geschafft liebe leute ah und ne mist echt schlecht aber ich hoffe wir schaffen es in der nächsten folge mal besser zu überleben und diese runde zu überstehen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen wenn euch dieses video gefallen hat von uns beiden dann würde uns natürlich gerne über positive wertung von euch freuen dürft uns auch gerne abonnieren ja und dann würde ich euch noch einen angeben und schönen tag und oder was hast du noch zu sagen eigentlich nichts mehr okay dann bis zum nächsten mal ciao haut da rein